Es hat alles eigentlich von Anfang an super funktioniert. Es war minutiös durchgeplant und man hat, obwohl man sich relativ bald einmal am körperlichen Limit und das vielleicht schon auf die ersten 100 Kilometer war, weil natürlich alle anderen Teams auch Gas geben, es hat trotzdem Spaß gemacht und es hat reibungslos funktioniert. Also super. Also es war wirklich ein langer Kampf mit meiner Crew, weil es viele neue Leute sind und jeder, der was schon mal in der Rief gemacht hat, immer viele neue Leute, dann tut das immer chaotisch. Es war chaotisch, aber es ist gut ausgegangen. Er war sicher im Hinterkopf, aber wir wussten am Start nicht, wie weit bin ich erholt von Frankreich. Deshalb war es eine Challenge, geht es überhaupt oder geht es nicht? Und während dem Rennen haben wir selbstverständlich gemerkt, dass der Körper bereit ist, den Rekord zu brechen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020